Vielen Dank für's Zuschauen. Wir haben dieses Mal eine kleine Änderung dabei, weil so nach zwölf Jahren muss man nochmal wieder ein bisschen abwechseln. Eine Änderung eigentlich nicht. Wenn ihr in den Obertitel schaut, dann steht da Brainstorming und Saaldiskussion. So haben wir sehr gut angefangen und ich glaube, dann hat das Thema Saaldiskussion ein bisschen nachgelassen über die letzten Jahre. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und das wollen wir jetzt wieder ein bisschen verstärkt einführen. Was heißt, ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr nächstes Jahr zum Lachen haben wollt und was ihr auch für wahrscheinlich haltet und euch langsam zu den Mikrofonen begeben. Denn die Regel ist ein kurzes Statement. Genau. Also einer der Gründe, warum wir dann von der Saaldiskussion so ein bisschen abgekommen waren, war, dass es da offensichtlich irgendwas im Trinkwasser war, was zu so längeren Monologen führte. Und da wir jetzt, also ich habe gerade die Verbrauchszahlen von Marte bekommen, deswegen gehe ich davon aus, dass irgendwie die meisten Leute Marte getrunken haben und kein Trinkwasser. Insofern gehen wir davon aus, dass ihr dieses Mal in der Lage seid, euch auf sehr kurze, knappe Statements zu beschränken an den Mikrofonen. Ja, wir setzen auch darauf, dass das jetzt vier Tage dauert hier und die Leute einfach nicht mehr den Atem haben für lange Statements am vierten Tag. Das ist die zwölfte Veranstaltung. Wir stellen das jedes Jahr mit Verstaunen fest. Wir gehen auch davon aus, dass es nicht die letzte ist, obwohl der Maya-Kalender am 22. Dezember nächsten Jahres. Also wir gehen einfach davon aus, es wird sich einfach dabei offensichtlich um einen Fehler handeln, weil meine... In der Implementation. Also die Konzepte werden in Ordnung sein, aber die Implementation wird wie immer Fehler haben. Die Agenda ist wie immer. Wir wollen über die Security Nightmares reden, nicht immer ernsthaft nur, die wir haben wollen, weil sie vielleicht was ändern und aufrütteln. Wir haben da ein paar interessante Sachen gesehen dieses Jahr, wo man eigentlich sagen würde, irgendwie, das war doch eh klar. Aber nur, weil es jetzt auf eine bestimmte Art und Weise klar geworden ist, werden sie Dinge ändern und dann natürlich vielleicht darüber nachdenken, welche Security Nightmares wir nicht haben wollen. Wobei vorgewahrt sein vielleicht auch einfach nur heißt, nicht überrascht zu sein, also nicht kalt erwischt zu werden von irgendwas. Deswegen machen wir es ja auch so. Und so der generelle Eindruck, den wir dabei so hatten, so bei der Rückschau auf das Jahr, ist, es geht eigentlich immer vorwärts so, so richtig so, immer weiter so, aber eigentlich nicht so richtig vorwärts, sondern immer nur weiter. Genau. Fahren wir mal ein bisschen Publikumbefragung an schon. Für wen ist das hier die zwölfte Security Nightmares Veranstaltung? Okay, und wer hat heimlich welche von den alten Aufzeichnungen gesehen? Uh, Fans. Okay, gut, dann die fünfte. Und die erste? Okay, ja. Nicht so schlecht. Also wir hatten hier ein paar Zwölfer, aber ich glaube weniger als eine Handvoll, ein paar mehr Fünfer, das waren aber nur so, auch nur 50 oder so. Und Einser hatten wir hier dann auch nochmal so 50, das heißt der Rest ist weniger als fünf Jahre, aber mehr als ein Jahr, okay. Mittelfeld. Genau. Fein. Gut, dann fangen wir an. Als besonderes Highlight haben wir dieses Jahr eine Rückschau auf das Jahr 2001, weil auch, wenn es überraschen mag, das ist mittlerweile zehn Jahre her. Und wir haben nicht aus Versehen alle Folien. Ja, wir haben eine Menge über Wireless geredet 2001, also Bluetooth, WLAN und so. Ja, das war der totale Hype, oder? Da wurde über das Personal Area Network geredet und das, was kam dann? Body Area Network oder so, Personal Area Network. City Wide Area Network. Und dann wurden die Networks immer das, man hatte auf den Folien immer so drei, vier Kreise um sich herum. Ja. Und lustig war das auch immer so, außer wie Kreise, ne? Also, dass man immer so dachte, das ist so schön abgeschlossen und endlich. Also, ich meine, das ist halt so dieses Ding, so diese Vorstellung, dass so Funkwellen beim Empfänger aufhören. Genau. Das geht nur fünf Meter, bestimmt nicht weiter. Ja. Auch nicht, wenn jemand eine Pringelkeksdose in der Hand hält. Ja, Internetkühlschränke. Wer von euch hat einen Internetkühlschrank? Sie haben uns Internetkühlschränke versprochen. Also, ich habe tatsächlich auch mal welche gesehen so, aber das war dann tatsächlich nur so, dass der Kühlschrank Internet hatte. Also, zu seinem eigenen Vergnügen oder so ähnlich. Aber so richtig nützlich, irgendwie hat es bisher noch niemand entdeckt, wie man sowas machen kann. Zum Glück. Das kommt dann ja mit den smart, mit den elektrischen, mit diesen intelligenten Stromzählern kommt dann Internet auch zum Kühlschrank. Ja, wobei ich irgendwie an diese elektrischen, also intelligente Stromzähler, da kommen wir später noch zu. Ja, wir haben ja jetzt dieses Jahr schon Drucker gehabt, die, oh, haben wir die? Die kommen. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt die Fernabfrage Heizungsablesung übersprungen, weil wir die überspringen wollten, weil es dazu überhaupt nichts zu sagen gab. Genau, das ist ein Thema, was total langweilig ist und wo man sich eigentlich auch nicht mit beschäftigen muss. Es gibt auch überhaupt keine Notwendigkeit, dann tiefer reinzuschauen. Also Drucker, Kopierer mit LAN, da gab es ja dieses, da ist ja viel passiert die letzten zehn Jahre, aber dieses Jahr hatten wir das Highlight mit... Spontaner Fernselbstentzündung. Das ist dann, glaube ich, schon sehr extrem, wenn plötzlich die, dass die Internetrealität in die reale Realität durch Ausschlagen von Flammen... Also vor allen Dingen, wenn es dann nicht nur bei der nuklearen Rechnungsanlage im Keller passiert, sondern direkt in den Schreibtisch, ne? Genau, also dann wissen wir ja, was auf uns zukommt, wenn irgendwann die Internetkühlschränke... Ist dann Content-Abhängig, was dann passiert, ne? Da ist eine Wärmepumpe drin, die kann natürlich auch rückwärts pumpen, aber dann kriege ich eben nicht automatisch einen Backofen, also... Das Feature heißt dann vorgegart. Ja, mit Mobiltelefon haben wir uns auch 2001 schon beschäftigt, ihr wisst ja, Mobiltelefonprobleme sind ja so der Running-Gag dieser Show. Wir sagen eigentlich jedes Jahr voraus, dass jetzt mal irgendwie der Mobiltelefon-Trojaner kommt, der Große, der... Genau, und rückblickend ist natürlich der eigentliche Gag gewesen, dass wir gedacht haben, dass Nokia und Microsoft es so lange aushalten. Das ist schon erstaunlich, wie schnell sowas gehen kann. Also ich meine, Nokia, wer dachte irgendwie vor zehn Jahren, dass Nokia mal irgendwie wieder anfangen wird, Gummistiefel zu produzieren oder so? Weil es vielleicht profitabel ist, als Telefone zu machen. Ja, aber vor 15 Jahren gab es eine Firma, oh, jetzt kommt der Alterstest, vor 15 Jahren gab es eine Firma, die hat Werbung von sich gemacht mit We are the past, present and future of network computing und sie hatten sogar recht zu dem Zeitpunkt. Wer weiß das noch? Nein, nein. Was sind die denn heute? Patentrolle? Haben die nicht einen Linux gekauft? Ich glaube, die sind im Wesentlichen Patentrolle. Ja! Well ist die richtige Antwort. Gut. Ja, die Sache mit den Smartphones, ne? Wir dachten ja immer, was passiert ist mit den Smartphones. Wer von euch hatte denn schon mal ein Mobiltelefon-Trojaner auf seinem Telefon? Okay, falsche Frage. Wer von euch hat denn einen Freund, der schon mal einen Mobilfunk hat? Na? Ja, doch schon. Zwei? Zwei. Wenn die Geschichte lustig ist, da sind die Mikrofone. Und Familien-Support-Fälle zu Mobiltelefon-Trojanern? Wer hat denn hier immer noch kein Smartphone? Das ist ja gefühlt ein Viertel. Nicht so schlecht. Fühlt ihr euch denn sicherer? Wie schön für euch. Ja, das ist das, was ihr glaubt. Ja, eines der Dinge, die wir 2001 dachten, dass es passiert wird, location-based Spam sein. Also so, man läuft da so durch die Gegend, macht das blip, 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 blip und da vorne kannst du dir irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee kaufen oder so. Und interessanterweise ist es ja nicht so richtig eingetroffen bisher. Also es gibt halt eben ein paar Startups, wie zum Beispiel Fosquare, die arbeiten hart daran, dass man also endlich diese Vorhersage wahrmacht. Wir schauen es auch mit großer Sympathie an, weil wir es natürlich immer gerne mögen, wenn wir told you so sagen können, auch wenn es 15 Jahre später ist. Damals dachten wir ja, der Träger wird Bluetooth sein. Das ging ja offensichtlich gar nicht. Aber jetzt kommt ja nochmal Low Energy Bluetooth. Bluetooth 4.0 oder Low Energy? Ja, aber ich glaube nicht. Das kann auch nicht. Nee, 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 das Wenden geht es über das zentrale Netzwerk. Mehr Hoffnung auf Near Frequency? Ja, NFC, also ich meine, NFC bietet sehr viel Hoffnung, also das kann man schon sagen. Also da ist durchaus eine Menge zu holen so, also gerade so die NFC Android Stacks, da kann man sicherlich, wenn man ein bisschen langen Winternachmittag Zeit hat, eine Menge sich angucken. Die Story ist nicht mehr, das ist ein langer Winternachmittag gewesen oder mir war so langweilig am Sonntagnachmittag, sondern die Geschichte ist jetzt, meine Freundin hat mich verlassen und ich hatte schlechte Laune. Und bei diesem NFC kann man sich dann im Zweifel auch noch irgendwie das Geld besorgen, um was dagegen zu tun. Gegen schlechte Laune, meine ich. Wobei, wann war das mit, wir wollen jetzt eine RFID in jeden Geldschein tun? Ja, es war 2001, Geldscheinchips. Geldscheinchips, ne? Ja, 2001. Ist auch nichts passiert, oder? Ist irgendwie, offensichtlich gibt es dann immer noch genügend Leute, die ein richtiges Bargeld wollen oder so. Ja, eine Sache, die wir noch hatten, 2001 war GPS-Boofing und ja, TMS-Boofing. TMS-Boofing? Beides passiert. Da hatten wir dieses Jahr beeindruckenden Use Case. Ja. Nicht? Drohnen vom Himmel holen. Da. In der Wüste. Oder über Wasser, weil das letzte Gerücht war, sie haben es auf den Wasser gelandet. Und gut, also, ja, der TMS-Boofing ist ja auch hinlängig produziert worden, schon vor ein paar Jahren auf dem Kongress. Aber das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass so eine Drohne von den Amis einen Sensor hat, dem sie weniger vertraut. Oder ich meine, diese AR-Drohne von Parrot für 300 Euro, die hat einen Ultraschallsensor nach unten. Ja, und wenn man da noch GPS einbauen würde und dann sagen würde, GPS hat mehr Recht als das Ultraschall? Naja, dann würde sie zumindest nicht über Grasbüscheln so, usch, wegfliegen, wie sie es momentan tut. Okay. Man muss halt Prioritäten setzen. Ja, aber gut, also wie diese Drohnengeschichte genau gelaufen ist, da gibt es dann einige Geschichten und Gerüchte. Wahrscheinlich haben wir die tatsächliche Wahrheit nicht erfahren, zumindest für eine Weile nicht. Wenn man sagt ja immer so, dauert dann immer 15 Jahre, bis das rauskommt, wahrscheinlich interessiert es dann niemanden mehr. Weil es total normal ist, dass irgendwelche Polizeidrohnen oder ähnliches wegkommen oder anderswo fliegen, langfliegen, wo sie jetzt eigentlich nicht langfliegen sollten. Ja, also vielleicht haben wir dann noch endlich mal Antidrohnen. Ja, auch mal so. Ja, noch so ein Hobby von uns waren ja so die US-übergreifenden Würmer. Da gab es ja so ein paar interessante Ansätze, die sich aber nicht so richtig materialisiert hatten, bis es dann JavaScript gab. Und da ist eigentlich auch noch eine Menge Hoffnung so, ne? Ja, das ist aber nicht Betriebssystem, oder? Also das war so ein bisschen optimistisch, glaube ich. Ja, und vor 25 Jahren, der erste PC-Virus wurde als Schutz gegen Raubkopien entwickelt. Muss man auch mal wieder dran denken? Genau, das ist deswegen lustig, weil es dann ja vor fünf Jahren diese Sony-Rootkit-Geschichte gab. Und dieses Jahr gab es dann Carrier IQ. Also das ist ja nicht für Raubkopien, aber natürlich zur, wie nennt man das heute? Qualitätssicherung. Und dann gab es noch diesen Scare, ne? Mit dieser Spiele-Plattform-Dingens. Meinst du? Wo sie, wo irgendeine Spiele-Rootkit-Origin. Oh ja, Origin, genau. Die erst mal... Das war aber dann doch... Die haben schon doch eine Menge Dinge über dich ausgeleitet. Das war... Aber sie haben sich halt einfach darauf verlassen, dass die Leute es trotzdem installieren, weil sie halt zocken wollen, wie immer. Also ich meine, das war auch wieder so ein klassisches Beispiel dafür, wie tatsächlich gerade die Spiele-Industrie es immer wieder schafft, dass man als Raubkopierer eigentlich viel bessere Software-Qualität bekommt, als wenn man es kauft. Also ich sehe das ja schon immer, wenn Fefe dann so Richtung Weihnachten so anfängt zu sagen, ja, jetzt kaufe ich mir noch ein paar Spiele, sind ich so, oh Gott, jetzt hat er bestimmt gleich wieder wochenlang schlechte Laune. Und dabei weiß er es eigentlich schon. Du kannst doch einfach... Naja, lassen wir das. Genau, dann kommt das Internet-Normalitäts-Update von Zahlen aus 2011 und teilweise Ende 2010. Nur mal so, um zu zeigen, wie die Dinge gerade stehen im Internet. Man kann jetzt normale Webseiten-Hacks kaufen für 9,99. Kontozugangsdaten liegen zwischen 80 und 700 Dollar, je nach Bonität. Dasselbe für Kreditkartendaten, 2 bis 90 Dollar, je nach Bonität. Neulich gerade wieder gesungen, der Preis wegen Überangebot. Das hier fand ich lustig. Oh, Hunk hat welche für 10 Cent? Und wie viel ist drauf? Wie viel ist da so drauf? Uh, 10 Cent für eine Visa Gold. Wir haben Inflation. Das heißt, wir referieren hier gerade Apothekenpreise, sagst du. Oder vielleicht sind es auch einfach Qualitätsanbieter, die du da gewählt hast. Das mag sein. Dann fand ich lustig, den Einkauf über Strohmann. 100 Dollar, wenn man nicht seine eigene Adresse eingibt mit der geklauten Kreditkarte, sondern die eines Strohmanns. Weil ich glaube, wir haben das Thema Strohmann für Interneteinkäufe nicht in unserer Liste, in unserer Vorschau gehabt für neue Berufsfelder. Ja, das war ein Versäumnis. Schön fand ich auch einen Bankomaten, also einen besonderen Bankomaten. Mit extra Features. Mit extra Features, aber ansonsten in Original für 35.000 und bitte stellen Sie ihn auf, wo Sie wollen. Ja. Und es gibt immer noch Leute, die ziehen aus der Wand. Auch spannend, Government Web Server, Root. Der Account auf dem Silbertablett für 4,99. Das sind aber eher schon so etwas kleinere Länder, oder? Das war, glaube ich, US-Government Web Server. Ja, da ist nichts zu holen. Also eine Kontozugangsdaten bis 700 Dollar, Government Route 500 Dollar. Sie haben halt nur Schulden. Das ist vielleicht mehr nur so ein Deko-Item, so ein Luxusgut. Luxusgut, ja. Was nehme ich denn jetzt, das iPad oder Root? Okay. Ja, die Durchseuchung ist angeblich relativ groß. Keine Ahnung, kommt denn diese Zahl hier? Ja, angeblich. Das ist bestimmt von einem Antivirus-Hersteller, oder? Ja, natürlich. Klar, schon klar. Also 31 Prozent aller EU-Bürger haben sich in 2010 mit einem Virus rumgeschlagen. Das schwankte natürlich. Deutschland war, glaube ich, 22 Prozent, was ich doch eher hoch fand oder so. Da gibt es aber auch dann noch die andere Zahl, mit nämlich eine Behörden-Cyber-Attacke pro Woche. Und laut unseres Innenministers, das sind die erfolgreichen. Also eine erfolgreiche Behörden-Cyber-Attacke pro Woche. Also, wenn wir die Anzahl der erfolgreich inzidierten Trojaner rückrechnen, ist es, glaube ich, beides. Du meinst, sie teilen aus, wie sie einstecken? Ja. Ja, das mag sein. Die Frage, die ich mir da stelle, ist natürlich, was heißt da Erfolg? Also, wie weit ist das dann gegangen, um das Erfolg zu nennen? Das heißt, dass der Rechner dann eines Mitarbeiters irgendwie bei sich beim Botnet-Command-and-Control gemeldet hat, oder was? Muss ja wahrscheinlich. Und wir sollen so zwischen 350.000 und 500.000 Zombie-PCs in Deutschland haben, sagt das BSI. Aber natürlich soll das in zwei Jahren gegen Null gehen, wegen dem Abwehrzentrum. Ja, ich finde es ja eigentlich gut, wenn sich meine Regierung irgendwie auf die Zombie-Abkölbisse vorbereitet. Genau, und weil es so furchtbar bitter ist... Vielleicht gibt es denn so Äxte mit BSI-Gravur oder so. Und weil es so furchtbar bitter ist, noch die Feststellung, dass es nur einen Mobilfunk-Hersteller gibt im Jahre 2011, der Pages-Updates over the air machen kann, ohne auf Carrier Rücksicht zu nehmen. Und das auch tut. Einer. Ne, da gibt es nichts zu klatschen. Da gibt es nichts zu klatschen. Das ist natürlich viel zu wenig. Und ich hätte... Und zwei weitere haben zumindest die Infrastruktur, das auch zu tun. Und einer hätte es zumindest, denke ich, kapiert. Was? Denk doch mal kurz nach. Denk doch mal kurz nach. Was mich fertig macht, ist, dass Microsoft ist es nicht. Ja, die beliebte Rubrik E-Government-Fortschritte. Ihr wisst noch, wie wir das messen. Also E-Government-Fortschritte haben wir in der Vergangenheit im Wesentlichen darüber gemessen, dass wir geguckt haben, wie viel Daten eine Regierung verloren hat. Also die Logik ist ganz einfach. Wenn mehr Daten da sind, gehen mehr Daten verloren. Also je mehr E-Government, desto mehr Daten gehen verloren. Also es ist mehr Datenverlust, E-Government-Fortschritt. Das ist doch logisch, oder? Also der klare Gewinner da dieses Jahr ist definitiv Israel. Denen ist Ihr vollständiges Einwohnermelderegister abhandengekommen. Oh! Es gab zwischendurch, glaube ich, Gerüchte, dass die kompletten Zensusdaten in England weggekommen sind. Aber das war dann wohl nicht der Fall. Oder zumindest konnten Sie es erfolgreich containen oder so. Genau. Und da ja das Wahlcomputer-Massaker in den letzten Jahren doch relativ exzessiv war, und da haben wir auch noch einen unter E-Government-Rückschritt, auch Österreich hat da sich ein entsprechendes Urteil gegeben. Geht man da jetzt wohl weg von diesen Ländern und versucht das jetzt in anderen Stellen durchzusetzen? Also klar ist halt, wenn es halt in Ländern wie Deutschland und Österreich und so nicht mehr geht, irgendwann muss man ja hin mit dem Schrott. Und jetzt zu beobachten, zuletzt war es in Russland, hatten wir gestern die Bilder von Herrn Putin bei der Wahl, wo er so seine Seite in dieses, was so schredderähnlich aussah. Wir dachten schon so, naja, vielleicht ist er halt konsequent gewesen, hat gleich geschreddert, aber nein, es handelt sich um einen optischen Scanner. Also das heißt, man schmeißt es durch diesen optischen Scanner in die Wahl ohne. Und hat dann ein elektronisches und ein Papierergebnis. Es gab aber auch Touchscreen-Voting-Maschinen. Das heißt, interessanterweise hat die OECD-Abteilung, die sich eigentlich da um die Wahlprüfung kümmern sollte, hat also spezifisch an diesem Punkt genau nichts auszusetzen gehabt. Also wir können da auf jeden Fall auf weitere Fortschritte hoffen, wenn auch nicht in Kerneuropa, so doch auf jeden Fall drumherum. Ja, Cyberwar hatten wir ja schon, also ganz klar, wir haben dieses Jahr eine unglaubliche Menge an Cyberwar-Übungen gehabt, wo... Die waren alle ein voller Erfolg. Make no mistake. Deswegen gab es da auch so viele Berichte drüber, über den vollen Erfolg dieser Übungen. Was die da so geübt haben, bleibt so ein bisschen unklar. Ich habe da mal so eine Vorstellung von so einem... Dann stehen wir da vor so einer großen Europakarte und schieben dann so kleine Plastifiguren so mit irgendwie virtuellen Bomben durch die Gegend. Und digitale Panzer. Gibt es einen Zangenangriff über Suzenet oder so? Ja. Aber da warten wir, wie gesagt, noch auf die Leaks von den Bildern. Dann die, ja, letztes Jahr hatten wir an dieser Stelle dieses Thema Research in Motion versus Indien, Saudi-Arabien, was war das noch? United Arab irgendwas, Emirates und solche Sachen. Das ist natürlich inzwischen, kann man eine beliebige Regierung einsetzen für jede beliebige Plattform, auf der Informationen ausgetauscht werden. Die Einzigen, die es aber trotzdem wieder geschafft haben, sich richtig anständig PR-technisch in den Fuß zu schießen, war wieder Research in Motion, weil die es geschafft haben, Titel, Schlagzeilen zu produzieren. In England, wie, dass sie helfen werden, die Proteste dort und die Organisation derselben über Blackberry-Messaging zu containen, niederzuschlagen. Niederzuschlagen, ja. Also die PR-Abteilung von RIM, da müssen wirkliche Spezialexperten sitzen. Die Gesundheitskarte wurde durchgesetzt. Das heißt, es gibt da mehr Daten zu holen. Genau. Fortschritt. Das ist Fortschritt. Hm? Na, aber guck mal, man muss doch erstmal so eine Plattform muss man doch erstmal durchsetzen, ne, und dann gewöhnen sich die Leute daran, dass sie... Dann kann man darauf aufbauen. Dann kann man darauf aufbauen. Und dann können die Daten wegkommen. Genau. Das ist doch immer der natürliche Gang der Dinge. Und sie hatten eine innovative Geschichte, ich weiß nicht, wurde die bestätigt, dass tatsächlich auf einigen Gesundheitskarten von Leuten, die keine Bilder eingereicht haben, tatsächlich Daten, die bei den Meldebehörden gelandet sind. Aber hieß es denn nicht eigentlich, dass die Meldebehörden die digitalisierten Bilder von dem Personalausweis nicht speichern? Na gut, okay, also jedenfalls haben wir da auf jeden Fall deutlichen, deutlichen IGA, wenn man Fortschritt zu verzeichnen, wenn es also jetzt schon eine Vernetzung von Krankenkassen und Meldebehörden gibt, um den Bildezugang zu gewährleisten, da kann man eigentlich nur von Fortschritt sprechen. Ja, da muss man ein Auge drauf haben, keine Frage. Auch der Zoll ist ordentlich durchdigitalisiert, da gab es dann diesen kleinen Vorfall, dass deren System namens Patras einem etwas längeren Hackerangriff zum Opfer fiel, wo unter anderem die Daten über GPS-Trackings von Verdächtigen zu holen waren, die also offensichtlich war, wenn man der Rekonstruktion dieses Angriffs glauben darf, ist doch eher etwas umfänglicher. So mit irgendwie Trojaner auf einen Mitarbeiterrechner und von da aus dann halt die diversen Server geohnt und da über doch einige Zeit lang mitgelesen. Auch sehr erfolgreich dieses Jahr war die Bundesfinanzagentur bei der Digitalisierung. Die mussten wir dann allerdings auf ein klitzekleines Problem hinweisen, wobei wir uns bis heute nicht so richtig sicher sind, ob es sich dabei nicht um ein Feature handelte. Ich dachte, man kann dafür da so Kredite bekommen. Insbesondere für Personen höheren Staatsämtern, meinst du? Ja, oder nicht? Ja, also wahrscheinlich war es einfach ein Sonderzugangsweg. Achso, wir haben jetzt ein Cybersicherheitsrat. Das ist auch so eine Karte mit Plastifiguren und so. Was ich wieder runtergenommen habe, das heben wir uns auf, ist die Stiftung Datensicherheit. Datenschutz. Datenschutz, Stiftung Datenschutz. Da ist noch nicht so viel passiert. Ja, wobei man das vielleicht als Fortschritt bezeichnen kann, weil man hat da mal einen Pfahl eingerammt und tut da jetzt genau gar nichts. Also man hat ja was getan, aber es passiert nichts. Ja, dir ist doch gut, wenn im Bereich Datenschutz nichts passiert. Für den E-Government-Fortschritt meinst du? Ja. Ja, Rückschritte gab es auch zu verzeichnen. Internet-Radigummi ist leider nichts geworden. Elena hat sich leider auch vorläufig gescheitert. E-Perso ist dummerweise auch erstmal vorläufig gescheitert, aber E-Perso könnte noch kommen. Ist noch ein Kandidat für, ja, wie sagt Wahlcomputer in Österreich. Das Verfassungsgericht ist da offensichtlich dem Fortschrittsgedanken des E-Governments nicht sehr aufgeschlossen gegenüber. Auch ein anderes sehr schönes Produkt, nämlich den Staatstrojaner, der lässt sich gerade nicht so richtig einsetzen. Schwerer Rückschritt für E-Government. Und ja, Open Data. Ja, ganz schlechte Nachrichten wahrscheinlich. Es gibt eine Absichtserklärung der Bundesregierung, Open Data, also Government Open Data, wie Data.gov in den USA bis 2013 auch in Deutschland an den Start zu bringen. Und wenn ihr euch Data.gov noch nicht angeschaut habt, dann schaut euch das mal an. Das ist schon extrem spannend. Hat wohl Gerüchten zufolge in den USA. Die haben ja damit vor drei oder vier Jahren angefangen, oder? Hilft am Wesentlichen den Behörden selber, weil die jetzt nicht mehr eine andere Behörde fragen müssen, ob sie mal ihre Daten haben können. Und dann gehen die politischen Spielchen los, sondern wir müssen jetzt alle ihre Daten nach Data.gov exportieren und können die dann von dort aus wieder importieren. Wir haben jetzt diese Absichtserklärung. Das ist auch schön, weil dann muss man auch erst mal nichts machen. Was wir nicht haben, ist ein Recht auf eine maschinenlesbare Regierung. Ja, das haben wir immer noch nicht. Und eines der Dinge, die wir eigentlich auch haben wollen am Zusammenhang mit dieser Open Data Sache, wo ja immer noch so ein bisschen unklar ist, was jetzt die wirklichen Resultate sind, ist tatsächlich eine Lizenz, die sicherstellt, dass die Resultate genauso offen gelegt werden wie die Daten. Weil momentan haben wir eher die Situation, dass bei allen Open Data Initiativen, wo es zum Beispiel um Immobilien Daten und ähnliches geht, primär die Leute profitieren und zwar wirtschaftlich profitieren, die ohnehin schon profitieren in dieser Gesellschaft. Und das heißt also, wenn, dann sollte man tatsächlich mit solchen Open Data Initiativen an eine Lizenz knüpfen, die sicherstellt, dass eben wie zum Beispiel so eine CC, Attribution und Derivatives Lizenz sicherstellt, dass die Resultate, die aus dem Computing dieser Daten gewonnen werden, auch wiederum allen zur Verfügung stehen. Genau. Also, ich habe da ja wirklich, als ich dieses Data.gov gesehen habe damals, habe ich gedacht, oh wow, ja, das wird uns in spätestens zwei, drei Jahren, werden wir da unglaubliche Dinge sehen, weil die Daten sind dann alle da, jeder kann darauf zugreifen und dann wird es genug Statistikfreaks geben, die sich das alles reinziehen und dann der Regierung, der Vereinigten Staaten, in diesem Fall Sachen erzählen werden, auf die die eben meilenweit noch nicht selber gekommen sind und das wird die so nach vorne katapultieren, dass wir hier drüben in Europa total in die Röhre schauen werden. Das habe ich gedacht und dann ist ja nichts passiert, die letzten vier Jahre und jetzt kann man das natürlich entschuldigen mit, ja, die müssen da alles noch irgendwie normalisieren und harmonisieren und sich über auf die ganzen Einheiten einigen und what not. Aber ich glaube, was ich sehen will, ist, damit man dann gucken kann, wen man fragen muss, was habt ihr eigentlich mit den Daten gemacht, ist, ich will eigentlich sehen, welche IP-Adressen, welche Daten, wie häufig abfragen. Das muss auch veröffentlicht werden. Ja, warum wir beim Thema Daten verbrechen werden? Ja, was dieses Jahr sehr häufig war, war also wegkommen von... Entschuldigung, ich hätte noch einen Rückschritt, den wir nicht unerwähnt lassen sollten. Nämlich. Einen schlimmen Rückschritt, wir haben immer auch diese schwere Sicherheitslücke, da wir keine Vorratszeitenspeicherung haben, ist schon ein unglaublicher Rückschritt. Das darf tatsächlich nicht unerwähnt bleiben, also allein dieses Potenzial an Datenverlust, was da, ja, was es da gäbe, das ist also wirklich sehr bedauerlich. Da kann man also nur drüber klagen, was ja auch unsere Politiker zum Teil tun. Ja, weggekommen dieses Jahr sind allerhand Datenbanken, also mittlerweile gehört es ja zum guten Ton, wenn man halt so irgendwie gehackte Webleitenseiten verlinkt, dann nicht nur die, ja, die Defacement-Page zu verlinken, sondern auch noch den kompletten Datadump dazu. Und interessant ist dabei natürlich dann, was da immer so drin ist, also mittlerweile kommt man ja gar nicht mehr hinterher, auch nur festzustellen, was denn eigentlich alles jetzt gehackt wurde. Ja, ein Webshop, noch 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 ein Webshop. Noch ein Third Portal, oh, okay. Das könnte, noch ein Webshop, noch ein Webshop, noch ein Third Portal und das, jetzt gibt es ja andere Statistiken, nämlich die Beziehungsanbahnungsstatistiken in Deutschland. Wie viele, wie viele Prozent aller Pärchen lernen sich inzwischen über das Internet kennen? Ich glaube, wir haben die 50 Prozent schon überschritten, oder? Also das habe ich noch im Kopf, ich meine, vielleicht habe ich es in, keine Quelle im Kopf, aber über 50 Prozent schon, so die jüngeren Generationen oder was. Neulich habe ich im Café gesessen und am Nebentisch haben sich zwei Frauen mittleren Alters unterhalten und die meinen auch in Bars abhängen, das bringt es nicht mehr. Die Typen da sind alle total verbraucht, du musst ins Internet. Da habe ich auch gedacht, oh wow, ja, also da sind wir jetzt. So, okay, also was auch immer die Zahl ist, über 50 Prozent habe ich im Kopf, wenn es ein Drittel ist, ist es auch immer noch viel und es wird ja mehr. Ja, so, das heißt, die Leute gehen alle in solche Portale rein, irgendwie stellen da ihre Sachen ein, haben dann, weil es ja öffentlich ist, werden sie sich da alle noch ein bisschen zurückhalten, aber ans Eingemachte geht es dann in den Chats entsprechend. In den privaten Nachrichten, ja. In den privaten Nachrichten, also in der Anbahnung, nachdem man irgendein interessantes Profil gelesen hat. So, und das wird wegkommen, okay, das heißt, man kann also allen, die da, also es werden immer mehr Leute, die das machen und es wird wegkommen. Das heißt, wir werden alle zu Post-Privacy-Passivisten. Also es gibt da noch so Leute, die betreiben es ja aktiv, das sind dann die Aktivisten. Aber, ja, da wirst du dann zum Post-Privacy gemacht. Ja, und was dann wieder die Argumentation ist, dass das wird halt dann jedem passieren, wenn es erst mal jedem passiert ist, dann kann es ja auch nicht mehr peinlich sein und gegenein verwendet werden. Ganz sicher. Sagen die Optimisten. Also die interessante Erkenntnis ist ja immer, es gibt ja so Leute, die sagen, ach, ich habe da nichts zu verbergen. Du hast bestimmt auch nichts zu verbergen, oder? Nie. Vor wem nicht? Würde ich hier sitzen, hätte ich was zu verbergen? Ja, die Frage ist eigentlich immer nur vor wem. Und die werden wir dann doch in der nächsten Zukunft relativ intensiver diskutieren müssen, weil was natürlich dahinter steht, ist natürlich immer die Machtfrage. Also wer hat die Macht über diese Daten, wer konzentriert die, wer kann darauf zugreifen und welche Folgen resultieren daraus? Und genau diese Frage stellt sich natürlich auch beim Thema Carrier IQ, die wir jetzt mitbekommen haben, Schnüffelsoftware von Mobiltelefonen. Wo es denn längliche Debatten darum gab, was die jetzt eigentlich ausschnüffelt und also welche Daten übertragen werden und warum. Und interessant fand ich daran, so von meinen amerikanischen Freunden kam da gelegentlich so der Anwurf so, ja, naja, nur habt euch doch mal nicht so, wenn die das nicht machen würden, dann könnten sie doch die Netzqualität nicht verbessern. Also das letzte Mal, als ich in den USA war, hingen da so große Plakate für Now with Less Dropped Calls, so Werbung. Also für weniger abgebrochene Anrufe. Also das letzte Mal, als ich einen abgebrochenen Anruf habe, war irgendwie, als ich mit 180 auf der Autobahn in den Tunnel gefahren bin. Und könnte es vielleicht sein, dass das Problem woanders liegt. Nicht darin, dass man irgendwie in Europa diese Software noch nicht auf dem Mobiltelefon gefunden hat, sondern möglicherweise in schrottiger Infrastruktur. Ja, also interessant fand ich auf jeden Fall die Reaktion darauf, dass es halt tatsächlich offenbar eine Menge Leute gab, die einfach so blind akzeptiert haben, zu sagen, so, ja, ist halt so, muss halt sein, weil denn sonst können die Carrier ihre Netze ja nicht verbessern. Aber man sieht das ja auch, dass die das alle total brauchen, die Software for Carrier IQ, dass sie alle so daran festhalten. Nee, stimmt gar nicht. Sprint schmeißt das jetzt überall runter. Bestimmt wird die Netzqualität da jetzt drastisch einbrechen. Ja, gleich morgen. Ja, gut, brauchen wir nichts weiter zu sagen. SSL-Zertifikatsautoritäten sind links und rechts gefallen und da kommen wir später, glaube ich, noch ein bisschen genauer zu. Weiß ich nicht, kommen wir da später zu? Also die, ich meine, SSL ist ja auf eine Art broken by Design und jetzt haben sie es zum Totalschaden gemacht. Aber es wurde eigentlich erst so richtig zum Totalschaden, als nicht nur die Regierungen, die ohnehin diese Zertifikatsherausgeber besitzen und infiltriert haben, Zugriff darauf bekamen, sondern plötzlich der Iran. In dem Augenblick wurde allen klar, oh, 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 jetzt ist es wohl wirklich kaputt. So, weil jetzt haben ja die anderen, die eigentlich, also das Prinzip, was dahinter steht, ist dann, das wird abgekürzt in der Geheimdienstwelt als Nobu, nobody but us. Und sowas ähnliches scheint da auch bei diesen SSL-Zertifikaten unterwegs gewesen zu sein. Klar ist jedenfalls diese ganzen PKI-Strukturen, ja, wir haben da auf einem ziemlichen Treibsand gebaut. Und die interessante Frage, die uns so bewegte, war, das sind ja so Systeme broken by Design, so mit irgendwie zentraler Autorität, ist so eines der letzten großen Systeme, was in diese Klasse fiel, war GSM. Also auch irgendwie von Anfang an kaputt designt, sodass irgendwie die Regierungen mitlauschen konnten. SSL auch von Anfang an kaputt designt, wenn man sich so anguckt, so der, wie sich die Entwicklung von SSL und SSH auseinander bewegt haben. SSH haben die Nords für sich entwickelt, damit sie irgendwie sicher sich auf ihren Kisten einloggen können. SSL wurde so abgebogen und entwickelt, damit man irgendwie Sicherheit simulieren kann, die man bei Bedarf unterdrücken bzw. ausblenden kann. Was wir uns gerade so fragten, aber wir kamen jetzt noch nicht so richtig drauf, war, was sind denn so die nächsten Broken-By-Design-Technologien, die dann da so fallen werden? Hat da jemand noch eine Idee? Tetra, das ist doch schon kaputt, oder? Also gut, die Tetra-Krypto, ja, ist ja auch nur ein Derivat. Niemand eine Idee? Na gut. Ja, ist es kaputt, wenn es niemand benutzt? Du meinst Broken-By-Design-Technologien? Ja, bin mir Angst wert, das RSA war auf jeden Fall dieses Jahr eines der Dinge, wo wir doch irgendwie eher so ein bisschen schon so guckten, weil es der doch offenbar ein etwas größer angelegter, umfangreicherer Angriff war, deren Folgen immer noch nicht gänzlich ausgebadet sind. Wie sah das eigentlich so in der Industrie aus? Haben die Leute eigentlich jetzt neue Tokens gekauft? Du brauchst doch keine neuen Tokens, es gab doch mit den alten Tokens kein Problem. Achso, ah, es gab kein Problem. Ja, aber sie haben trotzdem ab Dezember neue Tokens ausgeliefert. Weil die ein besseres Design, also ich meine, schönere Plastik hatten, oder? Ne, die waren ja nicht kaputt, die alten, und die neuen waren auch nicht kaputt, also es gab überhaupt gar kein Problem. Hast du die Pressemitteilung nicht gelesen? Ich lese es. Ah, es gab kein Problem. Okay. Aber es gab trotzdem neue Tokens. Also es gab trotzdem einen Zeitpunkt, zu dem neue Tokens ausgeliefert wurden. Aber kein Problem. Ja, das ist gut. Ich meine, Probleme sind doch immer doof, ne? Es war, es war, es war, naja. Ja, gut. Die hatten die Leute nie zu der Krisen-PR-Schulung geschickt da. Keiner von denen war da. Oder sie haben den Hefter noch eingeschweißt im Regal stehen und haben nie reingeguckt. Und haben ihn dann in der Hektik nicht gefunden oder so. Du meinst, sie sind hingefahren und waren dann nur trinken an der Bar? Naja, klar, was sie so auf so Schulungen halt so tun, ne? Ja, Suni-Stream, Nasdaq, Stada am Internet. Das mit dem R-Gap, oder? Das mit dem R-Gap. Hat jemand mal ein R-Gap-System gesehen? Ja, doch, ich. Ja, gut, ja, okay, fair. Hat jemand schon mal R-Gap-Systeme gesehen, die nicht R-Gap-Systeme waren? Ja, die Frage, ob WLAN R-Gap ist, ist sehr berechtigt. Aber ich glaube, WLAN zielt nicht als R-Gap. Genau. Kennt jemand jemanden, der ein R-Gap-System gesehen hat, was nicht so richtig R-Gap war? Na gut. Ihr wollt es alle für euch behalten, ja? Diese Skada-Nummern, oder? Das war wahrscheinlich auch irgendwie, ja, der Techniker muss da immer hinfahren, um es wieder zu rebooten. Können wir da nicht wenigstens einen klitzekleinen Knopf machen? Da war doch dieser tolle Fall, wo sie irgendwie fünf Tage lang hyperventiliert hatten, weil irgendwie die Wasserpumpensteuerung von irgendeinem Wasserwerk in den USA. Und dann stellte sich raus, dass es irgendwie nur der Techniker war, der vom Urlaub aus sich mal eingeloggt hat, um dann nochmal nachzugucken, ob alles in Ordnung ist. Aus dem Internet-Café? Ich glaube, er war in Russland in Urlaub und deswegen dachten sie, es ist eine Cyberattacke. Yes! Holt die Panzer raus! Cyberattacke! Ja, jetzt, oh, da bin ich so hin und her gerissen, oder? Ich habe erst gedacht, eine Runde Applaus, die Firma Microsoft hat Autorand für XP dann doch noch abgeschaltet dieses Jahr. Ja, also eine Runde Applaus für den. Und jetzt dürft ihr doch mal euren Hass rausbrüllen, dass es so lange gedauert hat. Oh. Ja, dann müssen wir noch hinweisen auf die größte Phishing-Kampagne überhaupt. Die ist euch vielleicht untergekommen als Verified by Visa oder Mastercard 3D Secure. Weil ihr habt euch diese Pop-Up-Fenster, die immer hochkommen und die so dermaßen fishy aussehen. Das war so, was? Mir ist das tatsächlich passiert. Ich wollte da gerade bei so einem Webshop was kaufen und dann dachte ich, wie zeige ich denn jetzt? Ach, Kreditkarte geht schon. Und dann klicke ich da und klicke ich da und dann poppt da so ein Ding auf, das irgendwie in dieser Webseite mit diesen blinkenden Dingern da nochmal so reingefummelt war. Ja, und dann waren die Grafiken, skalierten alle nicht ordentlich. Das sah also auch noch echt fake aus. Ja. Und ich dachte, die wollen mich doch verarschen, oder? Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wenn ich jetzt hier meine Kreditkarte, die mich dazu zwingen wollen, mit irgendwelchen abstrusen Forms noch irgendwelche Geheimzahlen einzugeben, zum ersten Mal, die dann meine Transaktionen sichern sollen für die nächsten 100 Mal. Ja. Das konnte ich natürlich nicht sehen, ob das SSL war oder nicht. Das, also da, nicht einfach, indem ich geguckt habe, wo dieses Schloss ist. Aber das Schloss gibt es ja eh nicht mehr zu sehen. Das haben Sie ja jetzt weg. Das ist unter dem, was unter dem Adblock-Button ist. Frank, Ron, hier, hallo, hier drüben, Scusi, andere Seite. Zu dem Verified by Visa ist euch aufgefallen, dass alle Daten, die man da eingeben muss, um seine Karte zu verifien, das erste Mal auf der Karte stehen? Ja, ja, also das, ja, das ist ja das Erschrecken daran. Also ich meine, das sieht, ich sitze da vor einem Shop, dem ich eh nicht so ganz vertraue, ja, und dann poppen da noch irgendwelche Sachen auf, die so vertrauensunwürdig aussehen wie nur irgendwas. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, forget it. Darf ich ganz kurz einen kleinen Hinweis aus den Spezifikationen? Das ist nicht ganz korrekt. Es gibt verschiedene Varianten, wie man das implementieren kann. Es gibt auch verschiedene Methoden, die da vorgegeben werden von den einzelnen E-Schuren, beziehungsweise von Visa und Mastercard selbst. Aber es ist definitiv so, dass man auch andere Parameter eingeben muss. Es gibt verschiedene Banken in Deutschland, die beispielsweise dein Geburtsdatum da mit rein integrieren oder andere Prüfer fahren. Ja, ist genauso Käser, aber hey, ist eine Jobsicherung für uns alle für die nächsten 30 Jahre. Liegt euch nicht auf. Und wenn nicht für uns, dann für die Fischersleute. Ja, aber wir weisen nochmal darauf hin, dass der eigentliche Skandal sind natürlich nicht diese Usability-Issues, sondern dass man da dann auch immer neue AGBs bekommt und die AGBs einem das Problem einfach in die Schuhe schieben. Genau, also während es bisher so ist, dass man gerade bei Kreditkartenzahlungen in der Regel relativ gut raus ist, wenn man halt irgendwie ein Problem hat oder der Webshop halt die Daten verschlampert, sind genau diese Verifikationsmethoden, genauso wie halt die PIN bei der Kreditkartenbezahlung im realen Leben, primär dazu gedacht, dass man den Kunden einen Teil der Haftung überhilft. Und da muss man halt auch genau hingucken. Ja, auch noch so ein Ding, wo man sehr genau hingucken muss, ist dieses, wie heißt dieses obskure Ding? Sofortbezahlung oder so, wo man seine Sofortüberweisung, genau, wo man irgendwie seine Kontodaten noch in so eine fishy Form eingeben soll. Und eine Tannen, oder? Ja, ja, und die Tannen. Also es ist halt völlig unglaublich. Ganz toll. Ja, vorhergesagt, Open Source Repositories war 2011 ja doch durchaus ein erheblicher Trend. Eine Menge Sachen sind weggekommen. Edora, Sourceforge, Funnel.org. Was uns jetzt zu der interessanten Frage bringt, weil viel davon waren Open Source Repositories, wer liest denn diesen Source eigentlich noch? Wer von euch liest denn eigentlich Source? Ja, immerhin ein paar. 20 Prozent. Okay, und jetzt die Hände runter, die PRP-Source lesen? Okay. Genau, versteht ihr niemand? Ja, ja, ja. Ja, Drohnen-Einsatz im Inland, Drohnen-Hijacking wird, da werden wir sicherlich auch noch ein paar mehr sehen. Okay, das Hijacking, das hatten wir jetzt schon. Was auch noch spannend war, ist, dass das erste Mal, glaube ich, dieses Jahr eine US-Drohne im Inland eingesetzt wurde. Es bekannt wurde, dass sie im Inland eingesetzt wurde. Eingesetzt wurde sie schon länger. Genau, das erste Mal Schlagzeilen zu dem Thema. Und in Europa wird es demnächst auch soweit sein. Also im Bundestag wurde die erste Lesung eines Gesetzes diskutiert mit... Ja, beim Kasten haben sie diese kleinen Drohnen eingesetzt, die haben auch verschiedene andere Drohnen, also was so Quadrocopter-Style ist. Worüber sie jetzt reden, sind halt richtig große Drohnen, also halt so die 150-Kilo-Klasse oder mehr, für die sie halt die Luftraumgesetze ändern wollen, damit die eingesetzt werden können. Und es sind dann halt so Dinge, mit denen halt auch mal so irgendwie durchaus mehrere Stunden kreisen können und nicht unbedingt einen Operator brauchen mit einer Funkfernbedingung dazu. Es gibt noch eine Neuheit bei den Drohnen. Diese ist ja erst mal nicht bekannt geworden, dass Autonomen Drohnen Friendly Fire abgeliefert haben und ihre eigenen Leute gekillt haben. Ja, stimmt. Das war bisher eigentlich Pilotenvorbehalt und es geht jetzt halt auch mit Autonomen Drohnen. Also wir sehen da... Applaus Da gibt es Technologiefortschritt. Wobei man sagen muss, dass die... Also viele von diesen Drohnen sind ja nicht mal unbedingt bewaffnet, aber die Art der Aufklärung, die da stattfindet, hat ziemlich viel damit zu tun, dass sie so auf Muster gucken. Da ist so eine Gruppe Leute, die bewegt sich so und so und wird dadurch zum Ziel deklariert. Ich schätze, das wird uns dann auch demnächst im Inneren passieren. Ja, die hatten wir gestern schon gecovert, dass sie da Facebook-Viren Mafia Wars, was glaube ich, in deren Drohnenkontrollzentralen hatten. Ja, das sind halt auch nur Computer, ne? Also die haben da so PCs und viele Bildschirme und manchmal braucht man nicht alle Bildschirme und dann ist es vielleicht langweilig, wenn man da so lange Strecken fliegen muss. Kennt man ja so aus den anderen Spielen, wenn man da so lange Strecken latschen muss, dann macht man nebenbei noch was anderes auf dem anderen Bildschirm. Genau und wenn man WLAN hat, dann hat man auch ein AirGap. Gaddafi? Also bei den Drohnen, ich glaube, sie sind jetzt so einfach ein neuer Tag jetzt irgendwie. Bei dem Gaddafi, bei der Ermordung sind ja auch Drohnen eingesetzt worden und bei Osama war ja auch der Drohneneinsatz von entscheidender Bedeutung. Ja, das ist richtig. Also irgendwie haben sie so die Wichtigkeit der Targets geändert. Dafür gab es auch schöne Videos von Demonstrationen in Moskau, nicht? War das Moskau? Wo die Demonstranten Drohnen einsetzen. Um zu zeigen, wie viele sie sind. Ja, das wird auch ganz klar mehr werden. Also das ist einfach dieses Thema Gegenöffentlichkeit oder so, da sind Drohnen extrem wertvoll. Ja, ach so, Hash-Algorithm-Collision, Denial-of-Service. Wie ist denn so der Fallout? Hat jemand was gehört? Nicht? Ihr seid halt so schweigsam. Ist das Internet schon abgeschaltet? Nee. Ist ja auch nur... Okay. An die Mikrofone, an die Mikrofone, an die Mikrofone für die Stichworte für 2012. Wir wollen das hier nicht alleine machen. Wir legen trotzdem mal vor. Wir hatten ja gedacht, mit den intelligenten Stromzählern geht was, schon dieses Jahr, weil die ja Vorschrift sind, auf eine Art und Weise, in Deutschland zumindest seit Anfang des Jahres. Man darf allerdings ein Opt-out machen. Und es gab dann auch schon Ende letzten Jahres die ersten Anbieter, wo man sich einen intelligenten Stromzähler kaufen konnte. Hat nur wenige 100 Euro gekostet, sich das hinzustellen. Und dann nur wenige Euro, 100 Euro zusätzlich, um das dann zu haben und zu benutzen. Um dann für wenige Cent Geld zu sparen. Dementsprechend war es auch ein durchschlagender Erfolg. Also so durchschlang, dass Google sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Und Microsoft auch. Also deswegen haben wir da nicht so viel Hoffnung, dass irgendwie das Blinkenleid für Stadtteile auf der Ebene der intelligenten Stromzähler stattfinden wird. Also wir setzen da eigentlich eher auf Skada. Das klingt irgendwie wahrscheinlicher. Also in den FAQs zu den intelligenten Stromzählern bei den Herstellern ist auch die Frage, und wie patchen wir das, nicht beantwortet. Over the air gap oder so ähnlich. Over the air gap. Und erfolgreich? Nicht so. Hat er geantwortet, wie Sie die patchen? Aber Sie wissen, dass Sie sie wahrscheinlich patchen müssen. Ja, also das letzte Mal, als ich... Remote-Updates. Das ist gut. Und... Sie denken, nur Sie können Remote-Updates machen. Wahrscheinlich ist es SSL-gesichert. Und wir haben auch ein Zertifikat. Also... SSL-gesichert. SSL-gesichert, ja, auf jeden Fall. Als letztes Mal... Es ist nicht SSL-gesichert. Also das letzte Mal, als ich mir so ein Stromzähler anguckte, wollte ich es zugeben, war es schon so drei Jahre her. Der hatte die Design-Spezifikation, dass er so in etwa 8 Megabyte großes Firmware-Image hatte. Und Sie hatten zu diesem Stromzähler so ungefähr so zwischen 5 und 7 Kilobit Datenbandbreite. Und wollten Online-Updates machen. Fand ich eine sehr mutige Design-Spezifikation. Heutzutage wollen Sie in diese Dinger mittlerweile ziemlich viel GSM ein. Deswegen müssen wir GSM-Netzinfrastruktur, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Oder haben wir jemand am Mikrofon? Ja, ich würde mir wünschen für 2012, dass so Leute wie Staatssekretäre oder Mitarbeiter in politischen Büros über Facebook dann überführt werden, wie sie AstroTurf machen mit Sachen wie Jay Stylo, was wir hier gestern um 16 Uhr sehen konnten, diese Autorenschaftserkennung. Ja, du meinst Copy-Paste-Detection in Regierungsdokumenten? Ja, also dass wir halt sehen können, aha, diese und diese sprachlichen Merkmale, das ist der und der Mitarbeiter aus dem und dem politischen Büro, der jetzt hier AstroTurf macht. Ja, wäre mal eine sinnvolle Anwendung. Stimmt, kann ich mal probieren. Gut, zu GSM-Netzungen müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Das wurde ja doch hinreichend. Der Punkt mit der GSM-Netzinfrastruktur ist es, dass da ein Modernisierungs-Backlog oder wie heißt das immer? Der Innovationsstau ist es ja nicht. Petgap. Die Standards sind ja geschrieben, nur sie werden nicht implementiert. Also die Standards, die die Infrastruktur sicher machen würden, dass sie dann vielleicht noch ein Jahr durchhalten, die werden ja einfach nicht implementiert. Ich glaube, das ist das, was wir von diesem Kongress auch nach Hause nehmen. Und das wird also immer weniger lustig da. Ja, und dann ist auch eine Frage gewesen, ob ein zensiertes Netz eigentlich schlechter ist als ein abgeschaltetes Netz oder umgekehrt. Das wird uns wahrscheinlich noch beschäftigen. Ist da jemand schon eine harte Meinung zu? Naja. Also die Story, die mich zu V4 wirklich beunruhigt hat, war, als du dir damit erzählte, dass so Menschen, die sich sehr intensiv mit der V4-zu-V6-Transition beschäftigen, dass zumindest einige von denen sich mittlerweile so handfeste Berufe anlernen. Also nicht Bankkaufmann. Also es wurde so beschrieben als so, naja, man sieht da so ein Tanklastauto an sich vorbeifahren, also mit relativ hoher Geschwindigkeit so und ist offenbar voll. Und dann nach einer Weile kommt es dann so zurück und dann springt der Fahrer raus und rennt. Und so, was macht man denn? Bleibt man da stehen oder rennt man auch? Also jedenfalls diese, für 2012 könnten wir, glaube ich, sagen, dass wir diese V4-zu-V6-Geschichte müssen doch wohl etwas genauer betrachten. Da könnte es doch noch zu interessanten Verwerfungen kommen. Ja, da geht noch was. Also man kann das natürlich alles zu Tode natten. Das ist eine Option. Die nächste Option ist vielleicht Enteignung. Enteignung. Also die, die da große Class-A-Netze haben, die man ja theoretisch noch routen könnte, die könnte man ja enteignen. Also zumindest IP-Adressenkommunismus, ja. Ja, wenn man die, also als die Strecke Hamburg-Berlin, die ICE-Strecke, schneller gemacht wurde, dann bei solchen Sachen muss immer auch so ein bisschen rumenteignet werden. Ja, und das ist ja so eine Bahntrasse. Und dann fällt mir ja wieder die Datenautobahnen ein. Du meinst, Baufreiheit für die Datenautobahnen im IP-Space schaffen? Ja, Baufreiheit ist, glaube ich, das Stichwort. Xerox zum Beispiel ist, glaube ich, noch auf relativ großen Beständen. Aber gut, wahrscheinlich wird es die Sache auch nur noch ein bisschen verzögern. Aber vielleicht eben um den entscheidenden, also um die entscheidenden... Genau, egal. Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, wenn ihr noch irgendwas baut, was IPv4 braucht, sorgt dafür, dass es mit NAT funktioniert. Ja, Clouds, so eine der interessanten Nachrichten aus dem NOC war, als ich vorhin nach den Incidents fragte, über die ich gleich noch berichten werde, in einer Abschlussveranstaltung, war, dass wir tatsächlich einen Denial-of-Service-Angriff hatten auf den Kongress aus der Amazon-Cloud. Ja, und jetzt stellt sich, jetzt müssen wir natürlich den Schuldigen finden, also es wird irgendjemand den Nicht-Angriffspakt verschlammt haben. Vermutlich. Und der, also... Oder ihn nicht unterschrieben und weggefaxt. Die spannende Frage ist... Die Frage ist, hat eigentlich die Amazon-Cloud einen Nicht-Angriffspakt mit der... Google-Cloud? Ja. Also, wie sehen so eine Cloud-Wars eigentlich aus? Gibt es denn da so Blitze? Sagt dir nicht jemand gestern, dass nur mit Google kann man, nur mit Googles Ressourcen kann man Google platt machen? Wie ist denn das? Amazon versus Google, wer würde gewinnen? Ich glaube, Google. Aber... Microsoft ist die Antwort. Also, ja, wir diskutierten da so ein bisschen darüber, was denn eigentlich mit diesen ganzen Clouds passiert. Ich meine, eigentlich ist so eine Cloud... Schlieft Steve Ballmer mit einem Koffer ans Handgelenk gekettet mit einem roten Knopf? So eine Cloud ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Botnetz, was man viel bequemer kaufen kann, als wenn man sich so ein Botnetz kauft, ne? Also, bei so einem Botnetz, bei so einem... Hä? Ja, Botnetze sind viel billiger, aber man muss da irgendwie so in schattige Ecken des Netzes hinabsteigen und dann weiß man nicht, was hinterher mit seiner Kreditkartennummer ist so und so. Das ist halt schon so ein bisschen... Und das sind so uneinheitliche... Gut, man kann sich natürlich einfach eine Kreditkartennummer kaufen. Und damit das Botnetz kaufen, das geht natürlich auch. Aber man kann mit dieser Kreditkartennummer natürlich auch hingehen und sich einfach Amazon-Qualitäts-Service kaufen mit Support. Wohl gut, die... So, also der... Wir sehen dieses ganze Thema Cloud, also wenn man jetzt mal von dem doofen Begriff absieht, da kann man noch eine ganze Menge mit tun. Und mit Tee hinten, ja. Ja. Ach. Ach. Ich habe ja schon gesagt, dass der Kongress jetzt vier Tage dauert schon ein paar Jahre, geht auch ansonsten nicht spurlos vorüber. Aber wo wir gerade bei Rechtschreibung sind, hat neulich jemand die Erkenntnis erzählt, woran es liegt, dass wir immer mehr Deppenfreizeichene in der deutschen Sprache sehen. Wir wissen schon, so eigentlich zusammengeschriebene Worte und ein Leerzeichen dazwischen geschrieben. Der Grund ist tatsächlich T9. Dass der, also wenn man auf den Telefon tippt, so, dann hat man diese Sprachkorrektur, egal ob man jetzt T9 benutzt oder einfach irgendwie so die normale Eingabekorrektur, die kommt halt mit zusammengesetzten deutschen Worten nicht klar. Und das, was man so den ganzen Tag tippt und dann so korrigiert bekommt, weil der Computer korrigiert es ja dann für einen. Also der Computer sagt einem, nee, das kannst du so nicht zusammensetzen, also muss es ja wohl falsch sein. Und dementsprechend fangen immer mehr Leute an, so zu schreiben, wie Ron es manchmal tut. Okay, die Token-Kalypse. Genau, Token. Wir kennen es ja alle so, die Bank schickt einem meistens so ein oder zwei pro Jahr irgendwelche Plastikdinger, wo man Chipkarten reinstecken muss, irgendwie drauf rumtippen muss, irgendwelche Displays anzeigen oder gleich direkt angeschlossen kommuniziert dann per SSL direkt irgendwie mit der Bank angeblich. Und ist ja Hardware, ne? Ist ja Hardware, Hardware muss sicher sein, Hardware-Authentication-Token sind irgendwie die letzte Rettung vor den bösen Trojanern auf den Computern. Kennen wir alle. Und wir sagen, 2012 wird es da wohl so eine kleine Re-Ajustierung der Sicherheitswahrnehmung geben, weil diese Tokens, wenn man da so reinguckt, dann ist da halt, naja, meistens einfach nur ein Prozessor drin, auf dem Software läuft. PHP? Hat jemand PHP gesagt? Genau, also eines der Zitate, die da von jemand, der in diese Richtung forscht, kam, war so, es macht den Eindruck, als wären die PHP-Coder mittlerweile auf der Hardware-Ebene angekommen. Auch so ein interessantes Detail dabei, wir hatten ja vorhin schon den neuen Personalausweis, also der E-Perso ist ja tot, das heißt jetzt neuer Personalausweis, weil E-Perso war halt so ein bisschen, haben wir glaube ich auch so ein bisschen verschliffen den Begriff. Und der elektronische Personalausweis oder neuer elektronischer Personalausweis ist ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man sich diese Features da doch freischalten lässt, so eine Art Single Sign-On-Token. Also so ein Ding, mit dem man irgendwie Hardware gesichert Zugriff auf Services nehmen kann. Und das Interessante daran ist, dass selbst Leute so aus Regierungsbehörden, die eigentlich so für so Anti-Mailware-Sachen zuständig sind, ziehen da doch eine ganz schön krause Stirn, weil sie meinen so, naja, dann hat man halt alle Identitäten auf einem dieser Dokumente gepoolt und wenn das dann mal geklont wird oder gecaptured wird oder sonst irgendwie missbräuchlich benutzt wird, dann ist es halt ungefähr so gut wie, als wenn die Fingerprint-Biometrie wegkommt, weil man hat halt nur einen davon, worauf alles dann zuläuft. Noch so ein Ding, wo wir 2012 auf jeden Fall eine sehr interessante Bewegung erwarten. Einen hätte ich ja noch. Ja, das. Na, beim neuen Personalausweis, da kommt ja auch gleich noch so ein E-Government-Fortschritt, vielleicht nicht für 2012, aber vielleicht für 2015 dazu, weil sie doch jetzt auf die frei gewordenen Datenfelder endlich auch genetische Daten mit subkutaner Entnahme speichern wollen. Da können wir uns doch schon mal freuen auf neue Fortschritte. Und dann hat der Begriff Token gleich noch eine Doppelbedeutung, wenn man ja irgendwie so die DNA auch noch einmal hat. Wie muss man sich das dann vorstellen? Das ist dann so wie das Berliner Polizeikennzeichen und das Eisbein, wenn man so... Man weiß es nicht, es ist noch im frühen Erforschungsstadium. Wir werden dann hoffentlich die Specs sehen. Den Perso so zur Probenentnahme kurz so in die Schulter steckt oder so. Ja, also bevor wir DNA-basierte Schließsysteme haben, werden die bei jedem Eintritt dann mal kurz Peaks machen, werden wir noch Spaß mit elektronischen Schließsystemen haben. Da gibt es gerade eine ziemlich große Proliferation von schon als geknackt bekannten Chipcard-Systemen, sowas wie MyFact Classic und so, die plötzlich in den Wohnungstüren und Bürotüren und so landen. Also sich mit diesen Standards zu beschäftigen ist, wo man denkt ja immer so, man hört auf dem Kongress so einen Talk, so MyFact Classic von, keine Ahnung, vier Jahre her oder so, wo es gebrochen wurde. Ist ja schon lange erlebt, muss man sich nicht mehr darum kümmern, aber hier wird sowieso niemand mal einsetzen. Der denkste, das ist irgendwie sowas wie Configure, es lebt halt ewig. Und so dieser Wurm und so ähnlich sind diese Schließsystemhersteller, die haben halt so lange Vorlaufzeiten, dass sie dann immer noch sowas wie MyFact Classic in Schlösser einbauen, die sie heutzutage neu verkaufen, also die neu auf den Markt kommen. Und dementsprechend werden wir 2012 da wohl eine ganze Reihe von kaputten Schließsystemen sehen. Interessant daran wird, wie werden die das patchen, also wie gehen die damit um? Weil die Schlossindustrie ist eigentlich gewöhnt zu sagen, naja, wenn es kaputt ist, musst du halt ein neues kaufen. Und die Computerindustrie sagt halt, na gut, hier hast du ein Update. Und so dieser Kulturkonflikt, der wird noch sehr interessant werden. Ja, die reden doch auch alle über Funk miteinander inzwischen, oder? Und wie setze ich das eigentlich ins Verhältnis mit NFC in den neuen Telefonen? Na, es wird dann auch Telefone geben, die du als Zutrittskontrolltokens nehmen kannst. Da hat man ja vorhin schon drauf hingewiesen. Die Frage ist, weiß Apple nicht nur, wie viel WLANs, an wie viel WLANs ich vorbeigelaufen bin, sondern auch durch wie viele Türen ich gegangen bin? Und Siri wird ja sagen, dass du dich nicht genug bewegt hast, ja. Oh, man kann sich dann schöne Applikationen schreiben, so Computer, Tür auf. Aber hast du, ich glaube, seit, was war das jetzt, seit dieser Woche gibt es auch Siri im Android Market? Und der Herausgeber ist Official App? Du meinst für die Familien-Support-Fälle mit Android-Trojanen, die wir vorhin vermisst haben? Die wir vorhin vermisst haben, ja. Installiert das doch mal, dann könnt ihr euch melden. Ja, noch so ein Thema, wo wir uns ja schon eine Weile mit beschäftigen, Corporate Franchise City States. Was wir damit meinen? Die Zukunft ist klar. Man wählt dann irgendwann entweder durch hereingeboren werden oder durch rebellieren und ausziehen seinen City-State, in dem man leben will. Facebook-State. Der natürlich Corporate-Sponsored ist oder so ähnlich. Facebook-State, Google-State, Apple-State, Amazon-State. Kann man überall nachlesen, nicht? Was ist die Literatur dazu? Die schöne hier von Neil Stevenson. Snow Crash. Snow Crash, ja. Und so. Und da sehen wir ja die Vorläufer, nicht? Also das, was dann City-State 1.0, haben wir letztes Jahr schon gesagt, das ist Apple Camp und das Android Camp und das Facebook Camp. Amazon hat dieses Jahr auch massiv vorgelegt mit, also Google mit Google Plus, ist klar. Dann haben sie Motorola gekauft, aber damit haben sie natürlich nichts vor. Da gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Also bitte lassen Sie erst noch Ihren realen Namen, aber dann gehen Sie bitte weiter. Genau. Und eines der Dinge, die da sehr in die Richtung gehen, hatten wir auch als Talk auf diesem Kongress, die Abschaffung beziehungsweise die Bedrohung von General Purpose Computing. Was wir sehen, ist, dass immer mehr Geräte, also die früher mal Computer gehießen hätten, aber eigentlich den Namen nicht mehr verdienen, weil sie halt mittlerweile nur noch so was wie Pads oder so sind, in den Markt kommen und man dann schon mehr und mehr anfangen wird, dass man suchen muss, wenn man halt einen richtigen Computer haben will. Also irgendwas, auf dem man auch programmieren kann, wo man auch ohne große Umstände eine Shell bekommt und der halt tatsächlich noch zumindest ein Stück weit unter der eigenen Kontrolle sein kann. Und natürlich haben diese Corporate Financial City States ein großes Interesse daran. Die interessante Frage ist, also es ist so ein bisschen dieses General Purpose Computing. Also ich habe hier einen Computer und auf dem kann ich installieren, was ich will. Kann ich ja auch nur aus historischen Gründen. Ja, also wenn Sie könnten, würden Sie uns nur noch Hardware verkaufen, wo wir Sachen vom Apple Store oder Android Market oder sonst was runterladen können. und dass Sie es an einigen Stellen noch nicht tun, liegt daran, dass es irgendwie historisch nicht anders geht. So und das wird jetzt irgendwie zugerammelt und dann kommt irgendwie diese neue BIOS-Technologie. Wie heißt die noch gleich? Irgendwas mit EFI? Irgendwas? EFI? UEFI, genau. Und so, das heißt, da wollen Sie dann auch das, was wir noch als Laptop-PC-Schnick-Schnack bezeichnen, auch noch zumachen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also für den Supporter, Support in der Familie ist das vielleicht vorteilhaft. Und für alles andere ist es dann ein Rückschritt. Und die interessante Frage ist, wann, ob und wie viele Leute übrig bleiben, die noch diesen uneingeschränkten Zugriff verlangen werden. Und dann beim Bestellen sagen möchte, man hätte gerne einen Priesterkasten-Computer? Ja, Priesterkasten-Computer, das ist doch was. Den mit Command-Prompt, bitte. Entschuldigung für die Entsprechung. Was wir eventuell auch noch erleben werden, sind tolle UEFI und Grub-Cryptowars. Weil bei Grub ist es ja so, die wollen ja unbedingt diese GPL haben. Und dafür müssen ja die ganzen Schlüssel für die Hardware offen liegen. Das wird uns auch noch ganz schön beschäftigen. Ah, du meinst Boot-Cryptowars, ja. Ja, genau. Oder es kommen so tolle Aussagen von, ich glaube, das war Gigabyte oder MSI, die einfach gesagt haben, ja, wie, ihr wollt andere Betriebssysteme außer Windows drauf haben. Ja, wer wollte das auch haben, obwohl mittlerweile man ja so den Eindruck gewinnt, so als Windows-8-User ist man irgendwie schon eher noch so in so einem Randgruppen-Betriebssystem-Benutzer. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass die Hacker nicht mehr die Mehrheit der Benutzer von Computern, sondern eine krasse Randgruppe. Eine sehr kleine Gruppe gemessen an all den Leuten, die Computer benutzen wollen, weswegen die Bedürfnisse, die wir haben, unwichtiger werden für die Hersteller. Tja, was heißt das, was ist die Nachricht, kauft mehr Computer, damit wir wichtiger werden als Gruppe? Nein, die Nachricht ist ganz klar. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Geräte, die wir kaufen, unser Eigentum bleiben. Das heißt, alles, was irgendwie Jailbreaking, freie Biose und ähnliches ist, wird halt immer wichtiger werden. Das heißt, der Zugriff auf diese Hardware wird entscheidend. Das heißt also, den zu erhalten und zu unterstützen, dass wir halt da weiterhin darauf programmieren können, wie wir es wollen. Und die Hardware unsere bleibt, wenn wir sie gekauft haben und nicht nur zu einem Nutzungsrechtsvehikel wird, was man gemietet hat, wenn man da ein paar hundert Euro hingelegt hat. Und da müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren hart dran arbeiten. Ja, jeder will Plattform werden. Jeder wird in eine Plattform, jeder wird die einen wählen, ihre Plattform und bei den anderen wählt die Plattform, den Nutzer. Häufiger genug auch beides, ne? Also wenn man zum Beispiel Bürger, keine Ahnung, im Apple City State ist, dann kann es ja immer noch sein, dass man trotzdem noch eine kleine parasitäre Bürgerschaft in einem Botnet City State hat. Ja, wie wir so gesehen haben, so in den letzten Wochen und Tagen und auch auf dem Kongress, gibt es natürlich etwas, wo man ein bisschen mit Vorsicht agieren muss. Also wo wir irgendwie auch bisher dachten, da gibt es doch bestimmt Leute, die haben dafür die Airgaps gesorgt. Und es sind halt alle Dinge, die doch irgendwie große Mengen mechanischer Energie bewegen und trotzdem von Computern gesteuert werden. Da sollte man also vielleicht ein wenig Vorsicht walten lassen. Also wenn man auf der anderen Seite des Terminals etwas sieht, was möglicherweise so aussieht, als wäre es vielleicht doch ein Zug oder ein Schiff oder so, dann vielleicht kurz davon ausgehen, dass es keine Simulation sein könnte. Wir können aber aus der Zukunft lernen. Wir wissen alle, wie es ablaufen wird. Das war nämlich schon, also ihr seht das ja bei, das Raumschiff Enterprise, ne? Das ist ja so ein Ding, das ist deutlich immer im feindlichen Gebiet unterwegs, häufig genug. Und trotzdem kannst du an jeder Ecke einfach die Panels abreißen. Ja? Dann musst du nur zwei, drei Drähte tief, hast du dann irgendwas, wo du die verschlüsselten Bordcodes reinhacken kannst, um den Bordcomputer zu übernehmen. Ist das angemessen? So, und jetzt frage ich mich natürlich, was bedeutet das, wenn ich mit meinem Vierkant in der Bahn sitze? Nur wenn ich eine Diskette habe, bin ich eine Gefahr für den Zug? Also zumindest für die Platzreservierungsanzeige in den ICEs ist das immer noch der Fall. Gut, also wir fordern hiermit, wir fordern hiermit, nee, wir weisen darauf hin, wir sind ganz bescheid. Wir weisen darauf hin, dass man Computer-Nerds, und ich habe neulich, Tim hat neulich getwittert und gesagt, seiner Auffassung nach ist die Bahncard 100 inzwischen Statussymbol bei Nerds, das macht mich sehr nervös. So viele Nerds in Bahnen. Wir weisen darauf hin, dass Nerds abgelenkt sind, solange das WLAN funktioniert. Und warum es eine ganz schlechte Idee war, das in Flugzeugen wieder abzuschalten. Noch ein kurzer Hinweis aus der Praxis, wenn das WLAN Geld kostet, beschäftigen die sich auch gerne damit, genau das zu umgehen. Das ist ein wichtiger Sicherheitshinweis, das ist richtig. Hallo, hallo, ich würde noch sagen, ja jeder von uns oder jeder von so den Leuten in Deutschland hat ja auch ein Auto, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in so einem Auto steckt ja auch ein Computer drin, oder zwei, oder drei, oder 80. Und ja, da ist denen jetzt auch Bestrebungen, ein gleiches Betriebssystem draufzukriegen. Und vielleicht die neuen Updates für den Priots sollte man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen näher angucken. Vielleicht ist da auch was zu holen. Da gibt es nichts zu holen, das ist alles, das ist L gesichert. BMWs hängen ja jetzt eh über ein iPhone am Internet. Das ist eine weise Entscheidung, ne? Das spart viel Arbeit. Heißt Connected Drive. Ja, liebe Leute, was wir 2012 noch sehen werden, sind PGP, verschlüsselte oder signierte Spam-E-Mails, um am Spam-Filter vorbeizukommen. Das wird wiederum den Effekt haben, dass verschlüsselte E-Mails einfach herausgefiltert werden, als schlecht, was den Effekt hat, dass nicht mehr verschlüsselt wird. Und jetzt fragen wir uns, wer denn die Spam-E-Mails initial verschickt. Also signierten Spam habe ich schon gesehen. Eigentlich waren die Signaturen kaputt. Dann haben wir ja das neue Berufsfeld des Social-Network-Beziehung. Ich wollte nur noch was zu den verschlüsselten Mails anfügen. Die E-Mail dürfte man doch eigentlich auch unter die Rückschritte im E-Coverment sehen. Das funktioniert doch nicht, oder? Also technisch funktioniert es wohl. Aber es nutzt doch keiner. Also eigentlich haben wir es als Fortschritt gewertet, weil es geht ja voran. Ich meine, es gab irgendwie Presseerklärungen, es gab irgendwie Minister, die dazu was gesagt haben und es gab Anbieter, die sich bemüßigt fühlten, das irgendwie zu unterstützen. Die Leute schreiben Mails, die Mails werden gespeichert. Haben wir denn schon mehr als einen Millionen Nutzer? Oh, E-Postbrief, genau. Naja, man kommt ja immer so ein bisschen durcheinander dabei. Ja gut, die Social-Network-Beziehung. Ja, das ist ein neues Geschäftsfeld offensichtlich, dass man sich jetzt Beziehungen kaufen kann. Weiß hier jemand, wie viele Beziehungen man pflegen muss, damit man davon leben kann? Wer hat Freunde, der... Und die Antwort ist, die richtige. Genau. Und ganz... Ja, dann... Oh ja, das war sehr schön, oder? Also in den USA gab es ja dann diesen Kurz-Mini-Skandal oder so, dass wenn man Siri fragt, wo die nächste Abtreibungsklinik ist, man häufig keine Antwort kriegt, weil keiner der Kliniken im Umfeld natürlich Abtreibungsklinik heißt. Und die haben auch nirgendwo stehen, dass sie Abtreibung machen in ihrer Leistungsbeschreibung, sondern da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, was steht dann da? Ja, jedenfalls der Beruf. Schwangerschaftsoptimierung. Ja, sowas. Da steht dann Schwangerschaftsoptimierung, aber da steht nicht Abtreibung. Das war klar. Und deswegen werden wir ganz dringend brauchen die Metadatenoptimierer, die dann also in der Lage sind, die entsprechenden Daten zu optimieren, damit man das dann auch findet. Ja, das ist, da kann man ganz bestimmt, ja. Gut. Virtuelle Sockenpuppen, Crowd, Jubelperser. Ich weiß nicht, was kosten so irgendwie so 100 wohlgesinnte Wikipedia-User mittlerweile? Gibt es da schon eine Preisliste? Eine Sache, die wir 2012 sicherlich sehen werden im Zuge der allgemeinen Wirtschaftskrise ist, dass eine Menge Firmen halt einfach pleite gehen werden, weil sie nicht mehr genug Geld verdienen, aber durchaus Services betreiben, die man noch irgendwie eigentlich haben möchte. Und da wird es vermutlich, so sehen wir es, das neue Geschäftsfeld des Zombie-Firmen am Leben erhalten geben, der Sachen, also der Firmen halt noch irgendwie am Leben halten muss. Ja, Trendsportarten hatten wir schon, den Metadatenoptimierer, nur, was meintest du? Naja, das ist der Metadatenoptimierer, in Anführungsstrichen, der dann die Metadaten optimiert, damit, wenn man nach Abtreibungsklinik sucht, bei der CDU-Zentrale landet. Ja, Datenhygiene 2012 wird immer schwieriger. Ja, ich finde es irre, dass sich die Leute noch Gedanken darüber machen, ob es vielleicht okay ist, Positionsdaten irgendwie abzuspeichern. Und so, während man inzwischen so ein Smartphone, ja auch eigentlich ist es ja schon fast ein Medical Device. Ja, also da ist ein Bewegungssensor drin, der ist wirklich echt empfindlich. Wenn ihr das Ding morgens also nach in die Hand nehmt, um zu gucken, was denn auf Twitter passiert ist, die letzten, keine Ahnung, vier bis acht Stunden, dann kann das eigentlich am Zittern eurer Hand sehen, wie unterzuckert ihr schon seid oder noch seid. Und daraus kann man natürlich auch Trends machen. Das Ding weiß, wo ihr seid, wie ihr euch bewegt, in welche Richtung ihr guckt und so weiter und so fort. Die Dinger haben einen Metallrahmen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man über diesen Metallrahmen nicht Galvanic Skin Response, also Hautwiderstand messen können sollte. Das heißt, man hat dann auch schon seinen Lügendetektor am Start. Wie bitte? Ah ja, da gab es diesen schönen Proof of Concept, wo jemand so ein Smartphone neben eine Tastatur gelegt hat. Weiß ich nicht, war das noch eine IBM 101? Aber eine, die so klack, 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 klack und dann vor allem am Dribrieren konnte man das Rückschlüsse auf das verwendete Passwort nehmen. Also das sind als Sensoren sind die schon ganz schön fett. Und da haben wir noch gar nichts gesehen, was man damit alles machen kann. Einige Sachen werden in die... Es kostet zu viel Batterie, daraus eine Pain Station zu machen. Eine Pain Station. Genau. Ja gut. Kurze Anmerkung noch zu den Zombie-Firmen Live Support. So wie ich das sehe, gibt es das schon. Das ist das Bankenrettungspaket. Ja, du hattest noch diese Video-Barbie, ne? Nee, die... Ja, Gott. Also ich war eigentlich noch nicht fertig. Meine Always-On-Speech-Recognition ist das Nächste, was kommt. Diese Nummer von Ice Cream Sandwich, dass man sich mit meinem Telefon Gesicht einloggen kann, ist ja wohl eine Lachnummer im Verhältnis zu dem, was eigentlich gehen würde, wenn man mit dem Telefon so ein bisschen vor sich rumwackelt. Dann hat man nämlich auch langsam 3D-Daten. Und da geht auch noch viel mehr, wie wir gesehen haben, an dem Kinect Fusion Talk, der nun wirklich einigermaßen beeindruckend war. Und Infrarotsensor für Abstand geht heute auch und irgendwann wird es auch die Heatmap fürs Gesicht zu ablesen zu sein. Was dann bestimmt spannend wird, wenn man diese Daten zusätzlich zu dem Bild bekommt. Also die Diskussion darüber, ob man vielleicht schon die Position problematisch ist mit dem, was noch geht, wird interessant. Und dann fällt einem dabei ein, die Videobarby vom Dezember 2010. Kaufen Sie Ihrem Kind eine Barbie, da ist eine Videokamera eingebaute, um die unbeobachten Momente zu beobachten. Früh trainiert sich. Ja, auch bei der Biometrie wird es Fortschritte geben. Wir haben die ersten Prototypen von Biometrie im Autositz, die auch die rückwärtigen Körperformen erfassen, um den richtigen Fahrer... Ja, genau, den Drive-by-Arsch-Abdruck. Und naja gut, ich meine, das ist immerhin ein relativ unveränderliches Merkmal, insofern nicht so schlecht. Aber da muss man dann schon langsam aufpassen, auf welche Stühle man sich setzt, weil das Nächste, was man sich natürlich vorstellen kann, ist, da kommt dann bestimmt Starbuck und baut dann so Custom-Aufblaskissen, die man sich darunter stellen kann, um andere Leute Autos mitzunehmen. Gut, ja, Privatsphärenerwartungen hatten wir schon ein bisschen drüber geredet, aber es wird vermutlich dazu kommen 2012, dass wir mehr Kollisionen sehen zwischen dem, was tatsächlich technisch implementiert ist und den Erwartungen, die die Leute haben an die Privatsphäre, die ihnen eine Plattform oder eine Technologie offeriert. Und diese Kollisionen sind auch noch eigentlich wahrscheinlich wesentlich wichtiger als formale Gesetzesverstöße, weil es dann darum geht, was denkt man denn, was mit den Daten eigentlich passiert? Das Spannende ist ja, dass es da auch dann eine Diskussion gab dieses Jahr. Da gab es wohl offensichtlich diesen einen Menschen, dessen Ehefrau spurlos verschwunden ist und den sie dann verwandt haben. Dann haben sie sein Auto verwandt und Selbstgespräche aufgenommen, wo er sich wohl entsprechend verdächtig geäußert hat zu sich selbst. Also nicht am Telefon, er war nicht am Telefon gesprochen, hat mit sich selber gesprochen im Auto während der Fahrt. Und dann wurde das eben aufgenommen und jetzt ist die Frage, kann man das gegen ihn verwenden? Weil er ja eben nicht am Telefon war, was man abheuern darf, in Anführungsstrichen. Aber ist ein Selbstgespräch dasselbe wie Denken oder nicht? Und ich weiß nicht, mir stellt sich da die Frage, wenn ein Baum im Wald umfällt und der Baum davon ausgehen kann, dass er nicht gehört wird, darf es dann gegen ihn verwendet werden. Also das ist schon, da wird es schon philosophisch, oder? Aber daraus wird Recht abgeleitet werden. Darf die Änderung werden, dass man für die Anwendung oder den Engl rausschiebt? Das war eine der Fragen, die in der Staatsförderung sehr bedeutsam war, was Telekommunikation ist und was nicht. Und ob Telekommunikation auch zwischen Menschen und Maschinen stattfinden kann. Und die Frage zum Beispiel, ob Siri denn noch als Maschine zählt oder nicht, wird dann auch interessant. Also genau diese Fragen, damit werden wir nächstes Jahr ziemlich intensiv zu tun haben. Also wie halt die rechtliche Ausgestaltung dessen laufen wird, was an Kommunikation dem Staat zur Verfügung stehen kann, unter welchen Umständen. Ja, da sind wir dann bei diesem Konstrukt, des rechtlichen Konstrukt, auch rechtlichen Konstrukt des durchschnittlich gebildeten Bürgers, oder? Und was kann der erwarten? Kann der erwarten, dass er mit sich selber reden kann und wo überall, nur im Auto? Und was ist ein Selbstgespräch, wenn man ein Jabba-Fenster mit sich selber auf hat? Ja, das alles bringt uns zu der Erkenntnis, dass zumindest bis diese Fragen geklärt sind und auch möglicherweise technische Implementierungen gefunden sind, ist, dass die Batterieliebensdauer von so einem zum Beispiel Mobiltelefon ist der eigentlich limitierende Faktor für all diese Überwachungsanwendungen. Das heißt also, wir wollen ja eigentlich alle immer mehr Batterieliebensdauer auf unserem Telefon haben, aber wollen wir das dann eigentlich tatsächlich wirklich jetzt schon haben oder wollen wir möglicherweise uns dann lieber noch ein bisschen Zeit lassen, weil alles andere entwickelt sich immer schneller, immer weiter, aber die Batterieliebensdauer scheint mir gerade momentan eher noch abzufallen, was vielleicht eine gute Sache ist. Ja, in diesem Sinne hat noch jemand etwas ganz Wichtiges, wir sind ein wenig hinter der Zeit. Der ISC bittet um das Voting, um die Umfrage, was für Verschlüsselung es in den WLAN-Netzen gibt in den letzten Tagen. In welchen Netzen? In den WLAN-Netzen, die Access Points. Es geht darum, es wurde anscheinend letztes Jahr auch gemacht, welche Anteil sind Fragen ins Publikum? Ah ja, ich weiß, die Frage ins Publikum. Wie viele Netze seht ihr, wenn ihr zu Hause den Rechner aufklappt? Diejenigen, die keins sehen, Hand hoch. Wow, das sind die Bauern. Fünf Leute, die, wenn sie zu Hause ihr Laptop aufmachen, keinen WLAN sehen. Wer sieht mehr als 50? Okay, das sind die Innenstädter. Okay, wer hat dann so mehr als drei? Alle, ungefähr alle. Die, die am WLAN sehen, wer sieht noch überhaupt ein Unverschlüsseltes? Und wer sieht welche, wo die SSID eine politische oder religiöse Aussage macht? Okay, auch 30. Na gut, dann, wenn nicht noch jemand was wirklich doll Wichtiges hat, drei, zwei, eins, dann vielen Dank. Und, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh...